Das hier ist die erste Maschine, die genau das mitbringt, was wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich an die Bestellung denke, ist es unglaublich, wie viele Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Wir konnten unsere Idealmaschine genau nach unseren Bedürfnissen zusammenstellen. Das Schlüsselsystem KICK ist ein sensationeller Fortschritt. Wir brauchen keine langen Einweisungen mehr in das Gerät. Wir können die Einstellungen vorgeben, die der Bediener für seine Reinigungsaufgabe braucht. Und nur er kann dann mit seinem Schlüssel starten. Das spart uns Betriebs- und Servicekosten, weil es praktisch keine Fehlbedingungen mehr geben kann. Zum Beispiel durch falsche Dosierung. Das ist der Dreh für eine längere Laufzeit. Mit der Eco-Stufe kann ich deutlich länger arbeiten und leiser wird die Maschine auch. Der Dreh für einen Speedstorm. Das ist die quantum-dachzentration. Die Dreh für einen Druck Park-Stumpe, dass ich die Maschine kapotente Dezüge von einem 확인 und dann sicher nach der Dreharme von einem schweren Laufzeit. Das ist natürlich das System für ein Drehensible power-dachzentration. Hier kannst du die Maschine ein Drehbar-dachzentration, die durch die Vahrzeuge an der Drehbar-vahrung waren. Wenn der Reservoir verabschiedet wird, wird die Wasser automatisch verabschiedet wird. Wie vorhin, kann man die Reservoir verabschiedet werden, aber leichter und leichter. Mit der Systeme verabschiedet wird der Quick-Wheel-In. Das ist auch eine besondere Anwendung. Das ist auch eine Anwendung, die Regulierung der Bauten mit dem Regulatoren. Die Instrumente nicht brauchen, es braucht nicht irgendwelche Bauten. Und alles ist sicherlich. Das wirklich economiert Zeit. Und das ist auch so, wie ich mit dem Schlauch verabschiedet habe. Ich einfach mit dem Schlauch verabschiedet habe, und der Schlauch verabschiedet habe, Die Rezervuart ist vollständig und selbstverständlich. Ich werde nicht mehr verletzt. Und während der Rezervuart wird verletzt, werde ich weiter weiterentwickeln. Ich bekomme die Beförderung. Das ist ein Ganzes Watt. Ich werde meine Zaref benötúcar mit ein Zaref zu benutzen. Ich konnte ein analogisches Zaref auswählen. Ich werde meine Zaref Ela benötigen. Ich werde meine Zaref modellen. Ich habe einen Schritt für einen Schritt zu machen. Homebase Mop ist die besten in der Hand zu machen. Ich habe keinen Bezug auf die Hand zu vermitteln. Ich habe einen Schritt für die Hand zu vermitteln. Das ist eine Spatula und die Bezüge der HomeBest Box ist. HomeBest Box ist sehr praktisch.